Darf man seinen Bart nicht schneiden? Also es kommt darauf an, was mit schneiden gemeint ist. Rasieren, das ist verboten. Dass man seinen Bart sozusagen auf Null rasiert, das ist verboten. Sondern der Bart muss vorhanden sein. Also der Mann, die Frage von dem Mann ist, der Mann muss einen Bart haben, wenn der Bart wächst. Wie lang? Hier gibt es eine Meinungsverschiedenheit. Manche Gelächter sagen, dass man den Bart gar nicht anfassen darf. Weder darfst du was kürzen noch hier was wegnehmen, aber diese Meinung ist sehr schwach. Dann gibt es die andere Meinung, dass man das kürzen darf, was über eine Faustlänge geht. Also man nimmt den Bart in eine Faust und das, was sozusagen übersteht, das schneidet man weg. Und dann gibt es auch eine andere Meinung, dass man sogar noch mehr wegschneiden darf, als das, was über die Faustlänge geht. Aber das darf man nicht falsch verstehen. Damit ist gemeint, dass man zwar etwas über die Faustlänge geht, aber nicht so viel, dass das gar nicht mehr aussieht wie ein Vollbart. Sondern es muss für eine Person aussehen, als ob das sozusagen ein Vollbart ist. Das muss schon aussehen wie eine Faustlänge. Also nicht, weil manche, sie holen Aussagen von Gelehrten, dass das Schneiden oder das Kürzen des Bartes über eine Faustlänge kein Problem ist. Ja, diese Aussage gibt es. Diese Meinung gibt es, eine akzeptierte Meinung. Aber damit ist nicht gemeint, dass du den Rasierer auf ein Millimeter machst und dir dann so ein Drei-Tage-Bart machst. Das ist damit nicht gemeint. Sondern was damit gemeint ist, ist, dass es trotzdem aussieht wie ein Vollbart.